Amy Davis Irving ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Sängerin, Leben und Karriere. Amy Irving ist die Tochter des Produzenten Jules Irving und der Charakterschauspielerin Priscilla Pointer. Sie wurde bereits durch ihre erste Filmrolle 1976 in Brian D. Palmas Spielfilm Carrie, des Satans jüngste Tochter bekannt. 1984 wurde sie für einen Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für Barbara Streisand-Sientel nominiert. Für ihre Rollen in Anastasia und Sarah und Sam erhielt sie jeweils eine Golden Globe-Nominierung. Irving heiratete am 27. November 1985 den Regisseur Steven Spielberg. Die Ehe wurde 1989 geschieden. Aufgrund ihres Ehevertrages soll sie dabei etwa 100 Millionen US-Dollar erhalten haben. Ferner bekommt sie die Hälfte der Ausstrahlungsgebühren aller während der Ehe entstandenen Spielberg-Filme. Von 1996 bis 2005 war sie mit dem Regisseur Bruno Barreto verheiratet. Sie hat einen Sohn aus erster und einen aus zweiter Ehe. Filmografie 1976 Carrie, des Satans jüngste Tochter 1976 I'm a Fool 1978 Teufelskreis Alpha 1979 Eine Welt ohne Ton 1980 Honey Sackle Rose 1980 Das große Finale 1983 Jentl 1984 Palast der Winde 1984 Micky and Moth 1986 Anastasia The Mystery of Anna 1987 Canon Movie Tales Rumpelstilzchen 1988 Falsches Spiel mit Roger Rabbit 1988 Crossing the Lensai 1990 A Show of Force 1991 Fievel, der Mauswanderer im Wilden Westen 1993 Benefit of a Doubt 1993 Im Bann des Zweifels 1995 1995 Kleptomania 1996 Carried Away 1996 Ich bin nicht Rappaport 1997 Harry Außer sich 1998 One Tough Cop 1999 The Confession Das Geständnis 1999 Carrie 2 Die Rache 1999 Bossa Nova 1999 1999 Blue Ridge Fall 2000 Traffic Macht des Kartells 2001 Alias Die Agentin 2002 13 Conversations About Wanting 2002 Bis in alle Ewigkeit 2005 Hide and Seek 2005 Low and Order Special Victims Unit 2009 Adam Eine Geschichte über zwei Fremde Einer etwas merkwürdiger als der andere Noch einen tunnels ありがとう Mt 3 Ing beslutar Enhanh W 20 milit 500 Untertitelung des ZDF, 2020